In diesem Video wollen wir die Vektorwinkelformel herleiten und dafür brauchen wir den Cosinussatz und wie man auf die Länge eines Vektors kommen kann. Der Cosinussatz gilt im allgemeinen Dreieck, ich habe hier schon eines aufgezeichnet. Und zwar lautet der Cosinussatz, irgendeine Seite, ich nehme jetzt c zum Quadrat, ist gleich die eine Seite zum Quadrat plus die andere Seite zum Quadrat minus das Produkt aus den beiden Seiten mal 2 mal der Cosinuss vom eingeschlossenen Winkel von den beiden Seiten. Wir haben a und b diese beiden Seiten verwendet und der eingeschlossene Winkel ist Gamma. Wie kommst du auf die Länge eines Vektors, wenn du zum Beispiel den Vektor a mit den Komponenten a1 und a2 gegeben hast? Dann kommst du auf die Länge, also den Betrag von a, mit Hilfe von der Wurzel, nämlich Wurzel aus der ersten Komponente zum Quadrat. Plus die zweite Komponente zum Quadrat. Jetzt bist du bereit für die Herleitung. Und zwar wollen wir, um die Vektorwinkelformel herzuleiten, den Betrag von v minus w auf zwei verschiedene Arten ausrechnen. Zuerst mit dem Kosinussatz. Ich habe hier unten das Dreieck aufgezeichnet und wir wollen jetzt quasi diese Seite zum Quadrat mit dem Kosinussatz ausrechnen. Du weißt, wir haben gesagt, für den Kosinussatz nehmen wir die Seite, die wir ausrechnen wollen zum Quadrat. Ist gleich die eine Seite zum Quadrat plus die andere Seite zum Quadrat. Das ergibt in unserem Fall dann die Länge von v zum Quadrat plus die Länge von w zum Quadrat. Minus zweimal die eine Seite mal die andere Seite ergibt hier in unserem Fall minus zweimal die Länge von v mal die Länge von w. Mal den eingeschlossenen Winkel zwischen den beiden Seiten, das ist der phi. Das heißt mal Kosinuss von phi. Wie kommen wir hier jetzt auf den weiteren Schritt? Du weißt ja, der Betrag von v ist ja die Wurzel aus v1 Quadrat plus v2 zum Quadrat. Wenn wir jetzt aber das Ganze noch quadrieren, wir haben ja hier einen Zweier, dann heißt das die Wurzel fällt weg. Und so kommen wir hier auf das v1 Quadrat plus v2 zum Quadrat. Dasselbe gilt natürlich hier. Wir erhalten dann w1 Quadrat plus w2 Quadrat. Minus zweimal den Betrag von v mal Betrag von w mal Kosinuss von phi. Das übernehmen wir einfach von hier. Für den zweiten Teil wollen wir die Länge eines Vektors berechnen. Zuerst haben wir einfach v minus w subtrahiert, die ersten Komponenten und die zweiten Komponenten. Dann kannst du wieder mit Hilfe vom Betrag das Ganze aufsplitten in v1 minus w1 zum Quadrat plus v2 minus w2 zum Quadrat. Und die Wurzel darüber fällt wieder weg wegen diesem Zweier hier. Jetzt siehst du hier eine binomische Formel. Daher erhalten wir v1 Quadrat minus zweimal v mal w1 plus w1 zum Quadrat. Und hier die zweite binomische Formel. Die ergibt uns v2 zum Quadrat minus zweimal v2 mal w2 plus w2 zum Quadrat. Das Ganze kannst du jetzt ein bisschen umstrukturieren. Nämlich v1 Quadrat plus v2 Quadrat bekommen wir hier nach vorne. w1 Quadrat plus w2 Quadrat hier. Und den restlichen Teil schreiben wir hinten daran. Nämlich minus zweimal v1 minus zweimal v2 mal w2. Und hier kannst du dann noch den 2 herausheben. Okay, und jetzt können wir diese beiden Teile gleichsetzen. Also das, was wir hier bekommen haben und das, was wir hier bekommen haben. Und wenn du einmal schaust, da ist ja ein bestimmter Teil gleich. Nämlich das v1 Quadrat plus v2 zum Quadrat plus w1 Quadrat plus w2 Quadrat und das minus zweimal irgendetwas, das ist ja in beiden Teilen gleich. Ich markiere das noch. Also bis hierher haben wir in beiden Schritten dasselbe erhalten. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das, was dahinter steht, vergleichen. Nämlich den Betrag von v mal den Betrag von w mal den Cosinus von phi. Und diesen Teil. Und diesen Teil, den kann man noch zusammenfassen durch v mal w. Weil v mal w, langsam aufgeschrieben, bedeutet ja du bildest das Skalarprodukt von v und w und du weißt, für das Skalarprodukt musst du die ersten beiden Komponenten multiplizieren plus die zweiten beiden Komponenten multipliziert. Und das, was wir hier haben, siehst du genau hier. Deshalb kannst du es als v mal w zusammenfassen. Okay? Und jetzt brauchst du nur noch durch Betrag von v mal Betrag von w dividieren, weil dann erhalten wir diese Gleichung umgeschrieben in Cosinus von phi ist v mal w durch Betrag von v mal Betrag von w. Und das ist genau die Vektorwinkelformel. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.